Herzlich Willkommen zu German Vocabulary A1, A2, deutsche Vokabeln für Anfänger. Es geht um den Soccer World Cup in Brasilien 2014. Auf Deutsch ist es die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Hier lernst du die wichtigsten Vokabeln. Das PDF findest du in meinem Blog. Das hier ist ein Fußballspieler. Er hat einen Fußball oder einen Ball. Plural Bälle. Das hier ist ein Tor. Ein Foul ist, wenn ein Spieler etwas macht, das nicht okay ist. Das hier ist ein Trikot. Das Spielfeld. Das Tor ist hier. Der Torraum ist hier. Der Strafraum oder die Strafräume sind hier. Wo ist der Elfmeterpunkt? Hast du eine Idee? Hier ist der Elfmeterpunkt. Und der Elfmeter? Das ist, was ein Spieler bekommt, wenn es ein Foul gab. Der Spieler schießt einen Elfmeter. Die Mittellinie ist natürlich hier. Und die Seitenlinie hier. Mittellinie und Seitenlinie. Das hier ist der Mittelpunkt. Wenn das Spiel startet, dann gibt es den Anstoß. Der Anstoß startet hier am Mittelpunkt. Und das hier ist der Anstoßkreis. Hast du eine Idee? Was ist die Ecke? Ja. Das hier ist eine Ecke. Das hier ist eine Ecke. Hier sind die vier Ecken auf dem Spielfeld. So, jetzt kennst du das Spielfeld. Noch wichtiger ist aber... Die Position der Spieler. Wie heißen die verschiedenen Spieler? Wie heißt dieser Mann oder diese Frau hier? Das ist der Torwart. Und hier kommt die Verteidigung. Es gibt die offensive Verteidigung oder die defensive Verteidigung. Und die Person heißt der Verteidiger. Dann kommt das Mittelfeld. Oder die Person heißt ein Mittelfeldspieler. Und wie heißen diese wichtigen Personen, die wichtigen Spieler, die Tore schießen? Das sind die Stürmer. Wer ist der beste Torwart der WM in Brasilien? Wer ist der beste Stürmer? Was ist deine Meinung? Schreibe einen Kommentar auf YouTube. Das PDF gibt es wie immer in meinem Blog. Du findest hier auch den Link. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Und nicht vergessen, wir freuen uns über jedes Like. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.